Hallo, ihr könnt mich jetzt dann gleich begleiten bei einem Ausflug zu einem mystischen Ort, zu einem Lost Place in der Nähe von Mindelheim. Das ganze heißt Marienthal und da hat ein Eremit 35 Jahre im Wald gelebt, ohne fließend Wasser und ohne Strom und ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, dass einen Eindruck bekommt, wie es da ausschaut, bis nachher. Marienthal heißt das, gell? Also heute sind wir unterwegs im Marienthal an einem Platz, einem mystischen Platz, wo jahrelang ein Einsiedler gelebt hat, der wo erst kürzlich verstorben ist und das schauen wir uns heute an, dem mystischen Platz. Marienthal. Und der Allgäu ist das. Der Franz ist nach dem Gegen der Welt schon alles hergefahren. Oh, da ist der Allgäu. Wirklich schön. Das ist eigentlich auch so, wenn du sagst, wie du über den Berg wandern und so weiter. Alter, du kannst hier doch auch so. Du bist ja auch schon wieder zu fit, oder? Ja. War mal fit. Ja. Ja. Schön ist da. Ja. Schön ist da, sag ich. Alles hinten. Eine riesen Fichte. Ja. Ich sehe den Umfang. Ja. Da war das erste Mal drauf, aber die hat die eine Runde gehabt. Ja. Und mittlerweile ist alles weg. Ja. Kann man da raufsteigen? Ja. Nicht? 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 Ja. Ja. Das rätiert sich auch noch mal. Das ist ein riesen Ding. Das sieht man echt noch tolle Sachen. Eine wunderbare Eiche. Das sieht man halt nicht mehr so oft. Wenn die bräuchte beim Garten, dann kannst du schön ins Baumhaus machen. Von vorne, oder? Richtige Wotanzeiche! Wahnsinn! Traumhafte Landschaft hier. Und die irrsten Eichen gibt es hier. Wahnsinn! Richtig große, schöne Eichen. Ora et labora! Der hat ja am Tag, ich weiß nicht wie viele Stunden gebetet, hat unsere Frau erzählt. Der hat jeden Tag so viel, aber nur für die Allgemeinen, also für die anderen. Für den Weltfrieden. Das ist schön, die ganze Lichtstimmung da und alles. Jetzt müssen wir noch ein Kilo Storwurzel finden und dann... Ganz toll! Schirurg. Kein Auto, nichts. Ah, das ist eine richtige Hütten-Siedlung, gell? Das hat alles eine Funktion gehabt, oder? Das sind Schupfen und das andere sind alles wie eine Kirche gebaut. Das sind innen drin wie eine Kirche. Ja, wie jeder Schupfen? Aha, da kann man auch einen Rundgang machen, oder? Ich weiß nicht, wenn ich überstehe, klappt das nicht. Hat der alles noch gebaut? Ja. Ja. Der hätte ja die Grafhaut auch noch. Ja, ja. Aha. Da ist die Riesenfichte. Meinst du, ist es die Riesenfichte, die du verzählt hast, oder? Ja, okay, wir können auch nachher noch hingehen. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben ja Zeit, gell? Ja. Ja. Die haben sogar noch ihre Sterbebeutel drauf. Ja. Da bringen die Leute ihre Kreuz her. Ja. Da sind sogar welche von Ehepaaren. Links sind dann die Grabkreuz. Jetzt kommen wir in die Todeszone. Ja. Da sind sogar welche von Ehepaaren. Hoppala. Das ist ja irre. Ja. Ja. Das ist ja so. Das ist nicht so. Ich finde die Schöne. Was die Droge für die Kreuzhaut. Das ist ja egal. Das ist ja deswegen. Ja. Das ist ja sehr. Wann ich das? Ja. Das ist ja recht. Das ist ja sehr tot. Das ist ja super wie der Sieg aufergang. Das ist ein verwunschener Friedhofen. Ja, schau. Ich hab die Kühlwalder gefunden. Bist du es, Kühlwalder? Oder bist du ein verwunschener Prinz? Lass ihn wieder frei. Springkühlwalder. Sie mag gar nicht mehr wegschauen. Hat sie vielleicht auch diesel dran. Was meinst du, wenn man da krank ist? Wenn man da reingeht, zum Beten, ob man darf, wie die Gesundheit? Man muss dran glauben. Ja, genau. Glauben? Das steht ja überall. Ja, richtig. Darum meinen wir. Wenn da überall an der Liegendheit... Ja, das ist ein Wiener. 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 Ja, irgendwann ist es schon da, wenn man rausgeht. So, auf uns ist es ein Wiener. Ja. Ja, das war ein Wiener, ein Wiener. Ja. Ja, das war ein Wiener. Ja. Ja. Ja, das ist so. Ja, da und die ist so. Ja. Ja, das ist so. Na, da sind jetzt ganz... Was ist Friedens? Völlige Ruhe ist hier, total. Oh, die sperren wir späßig. Wie soll man finden? Die sind aber schon sehr gut. Das ist vielleicht schon mal heller. So sieht man da gar nichts. Sprüche sind sie, welche sind hier? Irgendeine Zahnung oder was weiß ich. Weiß man da eine Zahl, wieviel Altäre das da gibt? Der war nie fertig, der Mann. Da ist ein richtiger Altar drin. Da ist ein richtiger Altar drin. Unendlich ist das. Jede Hütte ist ein Altar. Wahnsinn. Das sind ja unendlich viele Bauwerke hier. Ich habe das gar nicht geglaubt. Ich meine, das sind drei oder vier so Hütten. Ich denke auch, wie das Dach macht. Ja. Wie das Dach macht. Das sind die beiden. Ja, ich sage ja, da hat das Öl. Gibt es da auch noch nicht. Das sind ja unendlich viele Gebäude, gell? Ja, das ist ja unendlich. Wie viel ich vergisst mit Bilder. Diese heiligen Bilder, oder wie man das sagt. Das ist ja unglaublich. Dass sich da angesammelt wird. Dass sich da angesammelt wird. Dass sich da angesammelt wird. Dass da für viele verschiedene Motive gehen muss. Ja, genau. Da ist gar nicht mehr was daneben drauf. Das war also die Residenz von dem Eremiten. Da hat uns nichts gespielt. Ja. Wie viele Jahre hat der da gelebt? 30. 30 Jahre im Wald. Ohne Heizung. Ohne Heizung. Das ist ja größer wie eine Westernstadt. Ja. Ja. Gleich. Das ist der Pater Pio. Das ist ein Grünbett. Oh ja. Aha. Schauen wir mal an. Ach ja, der Pater Pio. Den habe ich da drin. Ja. Also da drinnen. Ja. Da ist da ein Bett. Da hat er geschlafen. Ja. Und da ist er gestorben. Ja. Und da ist er gestorben drin. Genau. Ja. Die ganze Knie müssen ja ganz offen gewesen sein. Da gibt es die Treppe nach. Ja. Da hat er einen Wind da oben geschlafen. War im Winter. Aber es war so kalt da oben. Ja. Aber er hat auch noch rum gedroben. Ja. Das war so kalt. Ich kann mich nicht dorthin. Ich kann mich nicht dorthin. Ja. Ja. Vielen Dank. Das ist die Rückseite von dem Eremitenhaus. Fast fensterlos. Das ist also schon der Wahnsinn. Ich hätte mir das nie so vorgestellt, so groß, so weitläufig. Und so viele Gebäude auf dem Waldgrundstück. Da hat er sich wahrscheinlich gewaschen, da ist ja Wasserkohl. Ich muss die Hände waschen wegen der Kühlwalder. Jetzt sind wir bei der Riesenfichte, die ist so unweit von dem Kirchendorf. Der ist komplett abgestorben, aber riesig. So eine große Fichte habe ich fast noch nie gesehen vom Stammdurchmesser. Irre. Franz, nehme ich mal auf, ich möchte mal, dass man das Größen-Größenverhältnis sieht. Wie groß das der ist. So eine große Fichte habe ich noch nie gesehen. Läuft noch. Wiesig. Das ist echt der Wahnsinn. Ich sag ja, wenn wir das erste Mal da waren, war der noch gut. Das ist ja ein Endzeitfilm. Ja, gut werde ich noch mal gewesen, der Franz. Das ist alles geschehen. Schaut bizarr aus. Ja. Ja, du einen toten Baum umarmen, dann kann man sich nicht in die Bühne gehen. Und wie hat es euch gefallen? Ich war fasziniert von dem Ausflug und von der Örtlichkeit. Mir hat es sehr gut gefallen und ich werde bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020